Wird Zeit, noch etwas das Sturmgewehr auszuburbieren? Von Schwarzbart. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Na, ich bin doch so frei neben EMP-Mann. Wenn ich sehe... Ibana und sonst niemand zum Sprengen? Ach, ich nehm doch was anderes. Ach nee, das geht nicht mehr. Nein, das geht noch. Der Kohlmann ist noch da. Mira ist gegangen. Was ist das? Nee. Wir müssen eine Bombe aufschmüren. Konnte ja nichts. Oh doch. Ich guck mich wirklich. Mira haben sie auf jeden Fall schon. Ach, jetzt hab ich da was. Kamerafrau. Ohne hat eine Bombe lokalisiert. Kamerafrau wirft was raus. Auf der Südseite. Die haben das ganze Gelände oben weggeschmissen. Auf der Südseite schmeißt die was raus. Entschärfer wurde zurückgeholt. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Ohne Schärmklar. Was ist denn da noch hell draußen? Außenkamera ist kaputt. Und die Kamera findet man hier ohne IQ nicht. Glaube ich nicht. Wenn sie überhaupt rausgeworfen hat. Ah, die macht ja zu. Bei mir macht jemand auf und schmeißt die vier. In der Bäckerei ist jemand. Ah ja, da ist er. Feuerschutz! Lade nach! Wenn es die einzige war. Was kommt hier bestimmt hier raus? Ja genau. Oder dein Herzschlagmann, Bäckerei. Zum Glück war ich noch rechtzeitig oben. Gehen wir langsam weiter! Aber immerhin habe ich zum Glück. Treppenhaus kommt jemand hoch. Herzschlagmann. Haben. War nicht. Ne? Doch. Hm. Kammerfrau im Zigarettenzimmer. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Ja, Kleinkammer ist einer auf jeden Fall. Immer noch nahe Zigarettenzimmer. Ich riskiere es mal. Ich treffe sie nur halb. Scheiße. Kamerafrau fast tot. Da ist da jemand rausgegangen. Schießt aber auch eine halbe Ewigkeit daneben. Deine Barkamera habe ich im Blick, aber... Ah, Grabschfrau. Kamerafrau ist unter deinem Dachfenster. Eine Minute noch. Ah, Schawini. Für Mann 40 noch. Also langsam sollst du trotzdem mal versuchen runter zu gehen. An der Bar kommt jemand an der Tür. Kurze Waffe. Kamerafrau ist noch... Zum Zigarettenzimmer vor dir, genau. Hinter dir kommt der Kamera... Mira. Und hinter dir war die Kamerafrau. Es hätte sowieso nicht funktioniert. Ja, aber du hast es ja gemacht. Einfach versucht, das ist ja die Hauptsache. Trotzdem versuchen muss man es in dieser Situation. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit fast gegen Null geht. Wenn du oben bleibst, verlieren wir ja auf jeden Fall. Wir hätten auch so verloren. Aber so hatten wir immerhin die Wahrscheinlichkeit. Nicht ganz gegen Null. Da war keine Wahrscheinlichkeit mehr. Doch, doch. Nee. Doch, doch. Nein. Da war absolut keine Wahrscheinlichkeit mehr zu gewinnen. Doch, wenn du oben rum liegst in der Ecke, dann ist sie Null. Und wenn... Na, wobei Null auch nicht. Die können... Die war auch so schon Null. Die können sich ja umschießen. Aber reinspringen ist sie größer. Nee, die brauchen sich ja. Na, nein. Doch. Zeig für einen glücklichen Schatz. Achtung, ein Bombenstandort ist in Gefahr. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend plant. Hm, hm, hm. Ich mach mir da auch noch ein Loch, falls genehm. Nee. Muss ja die Wand nicht wegmachen, da fällt das Haus zusammen. Mir fehlt hier ein Fenster in dem... ...weiß ein Fenster. Also dieser extrem blendende Waggon, ey. Wobei, heute blendet er nicht so sehr. Ey, komisch. Weil nicht Nacht ist, oder wie? Oh, schon fast alle Kameras kaputt hier am Twitch. Am Lesezimmer ist noch zu. Montagne, was ist denn? Jetzt macht man hier nicht wieder so viel Krach. Unten Montagne. Jetzt markiert. Aber nach außen. Und noch eine Kamera. Oben Ibaner. Wo du rein bist. Ich krieg schon Treffer. Scheiße, an der Lucke hocken sie. Äsch, an der Lucke oben. Bah, Mist. Alter, wie kann die denn mich so viel sehen, Mann? Wie viel kann ich denn da noch zeigen, ey? Kacke. Ah, wer bedient denn da die Kamera? Grabsfrau, toll. Hier hängen aber viele Bilder, sehe ich gerade. Was blöde war mit der Grabsfrau-Kamera. Die Kamera, die Grabsfrau bedient, da konnte ich nicht mehr nachschauen. Halt. Wir waren jetzt hier Kapkan und uns. Puh, hab ich mir nicht gemerkt. Warum nicht? Einfach so. Wenn, dann jetzt Comeback-Sieg. Wir müssen eine Bombe aufschwören. Ich guck, nächste Zimmer. Blockzimmer sauber? Ganz oben, ganz oben. Okay. Ja, da ist ein Fenster offen. Mira-Fenster höre ich. Oh, da ist die Kamerafrau. Die platziert im Osten eine Kamera. Ja, die hat hier die... Scheiße. Wo dieses Podest ist, ja, hat sie es schon so. Ich hätte IQ nehmen sollen, hätte ich die Kameras sehr einfach gefunden. Oder könnte ich die einfach finden. Nee, nicht ganz gut. Noch ganz gut. Die da bei der Bar. Die habe ich die nicht gesehen, ey? Die war in der Vorratskammer hinten. Nee, nee. Ich habe die an der Bar. Okay. Es gibt ja noch eine, die dann halt an der anderen, das kleinere war. So, Osten. Okay. Okay. Einen schwarzen Saug habe ich schon. Der Sound ist echt cool. Da oben ist das nächste. Ach nee, es war... Hm, Fenster. Wird dir auch einer aufs Dach geschmissen? Wobei der nach dem Fenster guckt. Aha. Nee. Alter, das kann nicht sein, Alter. Das kannst du doch vergessen, Junge. Ich weiß nicht, wo ich hier rein will. Da ist die nächste. Die dritte. Ich habe sie alle. Hm. Boah, der erste Schloss hat verzogen. Wieso? Die Paras doch noch etwas neu. Ah, es trifft was. Ist das ein Treffer-Symbol? Nee. Nee, oder? Ist das ein Treffer-Symbol? Ich habe mir das Fadenkreuz vorher nicht gemerkt. Dann geh doch mal... Da war doch was zu sehen. Da liegt aber nichts. Das ist bloß Holz. Weiter rechts. Da war ein Stück Arm zu sehen. Na doch, es war ein Treffer. Jetzt sehe ich das. Das war bloß ein Punkt. Im Normalfall ist das ein Punkt. Jetzt wollte ich schießen, aber... Ja, ich bin zu früh vor. Ich hatte noch nicht anvisiert. Das war schon wieder, als du das erste Mal reingeguckt hast, war ein Arm zu sehen. Okay. Am linken Türrahmen. Also rechts, rechte Tür, linke Seite vom Tür. Ist aber erstaunlich, dass so lange da eine Trefferanzeige kam, weil ansonsten stirbt man ja sofort in dem Brandkram. Nee. Doch, also ich sterbe da immer sofort. Ja, wenn du drinnen stehen bleibst, dann geht's schnell. Also den Herrn Kapital, den muss ich auf jeden Fall noch verstehen lernen. Und ja, das ist jetzt gegen Ende war blöd, dass ich einfach so früh nach vorne gegangen bin, wo ich noch gar nicht die Waffe wirklich in der Hand hatte. Die Fehler passieren auch so noch. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschau, tschüss.